. 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 Du bist heute ganz schön aufmerksam, Sebastian. Ich kann auch noch drei Fragezeichen weiterlesen. Ich bin gespannt, wie die Geschichte weitergeht. So, jetzt steht der Kuh. Und jetzt ist er weg.